Herzlich willkommen bei Shera Daily. Heute mit einem Gast, der eine Werbeagentur betreibt und das nicht einfach so, sondern sehr herzvoll und durch ganz besondere Ereignisse auch diesen Weg gegangen ist. Das darf ich sicherlich sagen, Frank. Ein Unternehmen an einem der schönsten Plätze Deutschlands, wie ich finde, in der mittelalterlichen Stadt Bernkastel-Kuhs an der Mosel, eine Traumsituation, dort zu leben und zu arbeiten. Darf ich das so sagen, Frank? Das darf man so sagen, genau. Wie bist du dazu gekommen, deine Werbeagentur zu eröffnen tatsächlich? Oder zu übernehmen? Ja, zu übernehmen, genau. Also das hat eine Vorgeschichte. Ich bin Quereinsteiger in dieser Branche, bin gelernter Betriebsschlosser, habe lange Zeit beim RWE gearbeitet, in den Mosel-Kraftwerken, die um Bernkastel-Kuhs herum gebaut worden sind und hatte dann den Drang nach Weiterbildung. Und diese Weiterbildung hat mich dann zu einem Studium zugeführt und während des Studiums habe ich meine heutige Frau kennengelernt, die in dieser Agentur damals ihre Lehrer, ihre Ausbildung als Mediengestalterin absolviert hatte. Da erinnere ich mich gut dran. Und ich glaube, es gibt immer so zwei Menschen oder Typen von Mensch. Die einen, die wollen immer etwas mehr. Die sind aber auch nicht verbissen auf etwas mehr aus, sondern auf eine natürliche Art und Weise, Frank, wie ich finde. Also man möchte sich entwickeln. Du bist auch dann mal weggegangen aus Bernkastel-Kuhs, bist wirklich raus und hast gesagt, ich lebe mal woanders. Wo hast du gelebt? In Frankfurt. In Frankfurt. Das ist schon etwas anderes als eine Kleinstadt von, ich glaube, 10.000 Einwohnern ungefähr. Und dieses mehr Sehen, mehr Erleben, aber auch mehr Umsetzen, das lebst du für mich in einer sehr großen Form, oder? Darf ich das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Also wenn ich mir etwas vornehme, dann versuche ich das durchaus zielstrebig auch zu erreichen. Aber nicht krampfhaft? Nein, nicht krampfhaft. Wichtig sind mir immer Werte, auch meine Werte, die ich mir selber gestellt habe, die immer auch mit zu berücksichtigen. Das sieht man schon daran. Du hast deine Frau kennengelernt, damals im Studium und sie ist auch heute noch deine Frau. Das bedeutet, naja, also zwei, drei Jahre seid ihr schon verheiratet und habt gemeinsam vier Kinder. Das ist euer Leben, was ich persönlich auch sehr großartig finde, denn dieses Familie ist etwas sehr Wichtiges und wenn nicht gar das Wichtigste in deinem Leben und deiner Frau, oder? Ja, ich habe meine Frau in ihrem zarten Alter von 17 Jahren kennengelernt und wir sind in der Tat noch heute zusammen, seit nunmehr 29 Jahren. Großartig. Sind wir also eine Familie und haben sehr früh Kinder bekommen und das hat auch so ein bisschen mein Leben und meine Wertevorstellungen ein bisschen geprägt. Auch ihr habt großartige Kinder. Wie alt sind deine Kinder heute? Der Älteste ist 21 und der Jüngste ist 8. Na, da ist, genau, ihr habt das in großen Zeitabständen immer genossen, Kinder wirklich zu erleben, ein bisschen größer werden zu lassen und dann nochmal neu zu beginnen und das habt ihr mit fast allen Kindern so, ne? Diesen Jahresabstand. Ja, wir haben schon uns bewusst immer für zwei Kinder direkt hintereinander entschieden, um auch da das Praktische, das miteinander Beschäftigen eben auszuleben und somit haben wir zweimal zwei Kinder, also 21 und 19 und 10 und 8 Jahre. Und du hast dann die Agentur des Vorgängers übernommen. Ich glaube, das war sogar der Nachbar des Elternhauses. Ist das richtig? Also, dass du über den Gartenzaun hinweg gesagt hast, kauf ich, mache ich und du hattest vorher ja mit Werbeagentur gar nichts zu tun. Nein, ich hatte im Rahmen eines Studiums bei einer großen Firma gearbeitet, durchaus schon im Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit. Also die Arbeit war mir nicht ganz fremd und auch durch das, durch meine Frau war mir schon die Arbeit bekannt gewesen, aber der Drang mit der Familie wieder an der Mosel in Bernkassel-Kuhs wohnen und arbeiten zu können, das geht nun mal oftmals nur über eine Selbstständigkeit. Und somit habe ich dann die Agentur 1998 erworben. Ja, man hätte ja auch sagen können, du bist irgendwann mal gelernter Schlossermeister oder was auch immer und machst dich damit selbstständig. Wie ist diese Inspiration Werbung? Was hat dir da gefallen, dass du sagst, mein Herz geht wirklich so in die Richtung und ich übernehme das Unternehmen. Ja, Werbung und Kommunikation hat eben viel damit zu tun, dass man mit Menschen ja zu tun hat. Wir waren damals im Umbruch, da hat das Internet gerade angefangen. Kommunikation wurde ja ganz neu erfunden, neu auf den Kopf gestellt durch die neuen Medien, die eben einherkamen und das hat mich schon besonders interessiert. Du ziehst auch immer wieder interessante Menschen an. Also es gibt Menschen, die du betreust, die etwas bekannter sind. Du bist auch tätig in der Kommunalpolitik. Da möchten wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Aber was ich auch von dir kenne, du bist überall aktiv. Du bist als Vater auch in jedem Förderverein der Schule. Du bist im Elternbeirat oder was auch immer. Du warst überall dabei, zu sagen, wenn ich schon Kinder habe, bin ich mit dabei. Das hat auch etwas mit Werten aus meiner Sicht zu tun, weil wir dadurch, wenn wir Eltern sind und aktiv an der Schule teilnehmen, einfach auch an den Kindern dran sind, finde ich, oder? Und das auch zu unterstützen. Aber eben auch, du bist auch aktiv für die Stadt Bernkassel-Kuhs zuständig. Also ich finde, du bist sehr repräsentativ dafür und dir liegt die Stadt auch sehr am Herzen. Das ist richtig, oder? Ja, ich bin ja auch zugezogen in Bernkassel-Kuhs. Also ich stamme eigentlich aus der Nordeifel, aber im Kindesalter nach Bernkassel-Kuhs gekommen. Und ich habe die Stadt lieb gewonnen als Kind und als Jugendlicher und eine Stadt auch dann verlassen als Jugendlicher, in der einfach mehr geboten wurde, als das dann der Fall war, als ich wieder zurückkam. Also die Stadt hatte gerade für Jugend und für Kinder einiges verloren gehabt. Und das ist ein Stück Verantwortung, was ich eben übernommen habe, um mich dann eben in allen möglichen Gremien, sei es in der Politik, sei es in Vereinen, auch da eine Präsenz zu zeigen, um Dinge zu verändern, um aber auch meinen Kindern vorzuleben, dass es auch Freude machen kann, zu Hause zu bleiben, in der Heimat zu bleiben. Denn oftmals ist die Landflucht doch so groß, dass die jungen Menschen dann sofort nach ihrem Studium oder während dieses Studiums schon eine Region verlassen wie Bernkassel und nie mehr zurückkommen. Finde ich sehr bedauerlich. Ich glaube, es gibt sehr viele Prozesse, die im Wandel sind, gerade auch in der Großstadt, jetzt auch wie in Hamburg, dass man einen großen Wandel sieht, wirklich in den Ebenen, wer hat viel Geld, wer hat wenig. Aber es ist noch eine wundervolle Stadt, wie ich finde. Und bei Bernkassel-Kuhs ist das ähnlich. Es ist eine wundervolle Stadt deswegen, weil man etwas mit Werten erhält tatsächlich. Also gerade so diesen mittelalterlichen Kern, der ändert sich ja irgendwie nie, Gott sei Dank. Aber ihr habt da ganz besondere Dinge geschaffen, wie zum Beispiel diesen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt, der jedes Jahr stattfindet. Dieses ganz besondere Fenster des Adventskalenders, wo ihr euch immer, immer wieder was Neues einfallen lasst. Dieses riesengroße mittelalterliche, nenne ich mittelalterliche, dieses Weinfest in Teilen auch mittelalterlich, aber das immer, immer größer wird. Und ja, ich glaube, da kommen, wenn ich das richtig verstanden habe, um die 100.000 Menschen nach Bernkassel-Kuhs. Und das ist schon etwas Besonderes, wie ich finde. Erzähl mal, was gibt es dort? Also Bernkassel-Kuhs ist ja schon seit langer Zeit eine Touristenhochburg. Wir sind ins Mittelpunkt, das Zentrum der Mittelmosel und des Weins an der Mosel. Und da hat man natürlich besondere Herausforderungen, das Niveau auch zu halten. Niveau halten bedeutet immer mit Fortentwicklung, mit Weiterentwicklung, Stillstand ist Rückstand. Das gilt auch für Events, das gilt auch für den Einzelhandel, das gilt für den Tourismus, für die Hotellerie. Und somit versuchen wir schon sehr stark, auch unter Mitwirkung aller Gremien, daran festzuhalten. Ich finde auch das Kulturprogramm ganz besonders. Also ich kenne es jetzt, also natürlich ist es unschlagbar hier, die Elbphilharmonie in Hamburg zu sehen. Da kann natürlich Bernkassel-Kuhs nicht ganz mithalten, aber darum geht es auch gar nicht. Sondern es geht darum, dass wirklich große Künstler trotzdem in diesen Ort gebracht werden. Also da gab es ja gerade im letzten Jahr, vielleicht fällt ja jemand ein, der, also Hagen Retha war da, den schätze ich zum Beispiel sehr. Und immer wieder in dieser Kulturebene, da hat sich ununglaublich viel durch Erleben getan, wie ich finde. Wir haben, Bernkassel-Kuhs ist die Geburtsstadt des Mosel-Musikfestivals, ist das größte Musikfestival hier im Lande Rheinland-Pfalz. Für eine Kleinstadt wie Bernkassel schon beachtlich. Und aus Bernkassel-Kuhs heraus bespielen wir also mittlerweile die gesamte Mosel an ganz besonderen Schauplätzen auch. Da werden also Ruinen, da werden alte Häuser, da werden Open-Air-Konzerte, Innenhöfe, kurfürstliche Palais werden bespielt. Und das eben mit herausragenden Künstlern der klassischen Musik. Auch im Sommer gibt es doch auf diesem Marktplatz immer ein Konzert. Ist das richtig? Einmal in der Woche oder so findet das sogar statt? Ja, das ist auch so ein bisschen auf meine Initiative entwickelt worden. Wir haben auch hier um einem anderen Publikum, und zwar dem Publikum, die schon an der Mosel beheimatet sind, aber auch den Einheimischen ein Forum zu bieten. Und dann haben wir an jedem Donnerstag eine Sommerbühne. Wir spielen eine Nachwuchsband und eine etwas bekanntere Band aus ihrem reibenden Repertoire. Und das zehnmal donnerstags abends auf dem Marktplatz. Also zu jeder Jahreszeit könnte man jedem Hamburger empfehlen oder aus der Umgebung auch mal an die Mosel zu reisen und zu sagen, es gibt fantastischen Weinen in den unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Es gibt ein ganz, ganz breit gefechtetes Kulturangebot und es wird gefeiert, es wird gelebt. Es gibt eine ruhige Zeit, es ist der November, das darf man sicherlich auch sagen. Wer ganz Stille, Stille haben möchte, darf dann so kurz vor Dezember nach Bernkassel-Kuhs reisen. Das stimmt auch, oder? Nach dem Herbst, in dem ja klassisch immer die Weinlese stattfindet, geht es dann etwa für drei Wochen im November in der Tage ruhiger zu. Aber Ende November beginnt ja schon der Weihnachtsmarkt, der fünf Wochen am Stück täglich geöffnet in der mittelalterlichen Stadt aufgebaut ist und auch große Beliebtheit hat. Das ist also ganz fantastisch, aber ich möchte mich gerne mit dir ein bisschen darüber unterhalten, wie diese Wertegestaltung begonnen hat und wie du sie ja entwickelt hast auch. Wo würdest du sagen, oder wie haben sich deine intensiven Werte wie Familiensinn geprägt oder dass man mit Kommunikation auf Menschen zugehen darf und auch mal ein bisschen mutiger sein darf? Wo hast du das her oder gibt es Geschichten aus deinem Leben der Kindheit? Ja, ich glaube, dass die überwiegende Prägung kommt durch meinen Vater. Mein Vater ist Beamter gewesen, hat im öffentlichen Dienst gearbeitet und hat mir immer davon abgeraten, jemals in den öffentlichen Dienst zu gehen. Das hat mich im Prinzip dazu erzogen, sehr selbstständig mit vielen Dingen umzugehen. Mit meiner Berufswahl, mit meinen Freunden, mit dem, was wir machen. Und wir hatten sehr viele Freiheiten gehabt und konnten hier auch ausleben. Aber er war immer der Pol, der Rückhalt, der, wenn es dann mal eng wurde und in eine Richtung ging, eben uns gestärkt hat und uns nach wie vor unterstützt hat. Ja, deine Mutter auch. Es ist also beide sehr, ein wirklich ein kraftvolles Ehepaar, die auch sehr lebendig sind auf der einen Seite und dann vermitteln. Aber ich glaube, dieses Vermitteln ist das eine, das Vorleben ist, glaube ich, das Wesentlichste von Eltern. Und das lebst du ja dann praktisch deinen Kindern weiter vor, zu sagen. Man muss das schon vorleben. Man kann nicht nur predigen und ermahnen, sondern man muss das schon vorleben. Also wenn man Werte vermitteln will, dann muss man sie auch selber einhalten. Gab es intensive Krisen mit deiner Familie, wo du sagst, da musste ich schon mal ein paar Umwege gehen, um meinen Sohn oder die Tochter in eine gewisse Bahn wieder zurückzubringen? Oder würdest du sagen, bei uns lief das tatsächlich sehr, sehr in ruhigen Gewässern ab? Ja, also bei uns gab es eigentlich keine Krisen, wo man hätte nachbessern müssen. Wir haben auch unsere Kinder sehr frei entfalten lassen können, auch mit ihren Hobbys, vor allen Dingen mit ihren Hobbys. Weil ich glaube, da steckt die größte Entfaltung drin, wenn man seiner Freizeit und seinem Hobby nachgeht, weniger an der Schule. Und somit ist meine Tochter, die war langer Zeit auf dem DFB-Elite-Internat in Watt 9a und hat da Fußballspielen gelernt und Schätzen gelernt. Und mein Sohn, der reitet. Das ist ganz untypisch, aber der ist schon ziemlich hochklassiger Reiter. Also was deutlich zeigt, wenn ich die Kinder lasse, da wo sie sind, wo sie ihre Talente, ihre Fähigkeiten und Potenziale haben und man ihnen ermöglicht, das zu entfalten, dann kann ja alles kraftvolle wachsen. Ganz gleich, was man vorher für Vorstellungen hat. Theoretisch hätte man sagen können, das Mädchen reitet, der Junge spielt Fußball. Das ist richtig. Und das finde ich großartig, dass ihr das genau nicht habt. Und deine Frau arbeitet auch in deinem Unternehmen mit. Und würdest du sagen, also bei uns ist das so, sagen viele zu uns, sag mal, das muss doch total schwer sein mit deinem Mann an einem Arbeitsplatz. Also wir erleben das als sehr befruchtend und sehr kraftvoll, wenn man miteinander arbeitet. Wie ist das bei euch? Also wir haben unsere Aufgaben im Unternehmen und natürlich bringt man auch Arbeit mit nach Hause. Gar keine Frage. Das ist man quasi 24 Stunden ist man dann irgendwo immer im Job und sich über Mitarbeiter, über Kunden oder über Geschäftsvorgänge am Unterhalten. Aber ich glaube, das ist schon uns im Fleisch und Blut übergegangen. Wir haben da so seltene Probleme damit gehabt. Genau. Ich glaube, das ist so eine klassische Unternehmerkultur. Das macht sich schon beim Frühstück. Ich glaube, dass unsere Kinder mit der Selbstständigkeit groß werden und unser Denken auch so übernehmen. Wir unterhalten uns natürlich, also mein Mann und ich natürlich, beim Küchentisch darüber, was wir denken, wie wir handeln. Und unsere Kinder bekommen das automatisch mit. Und das geht ja bei euch ähnlich. Ich glaube auch, dass es sehr schwer sein wird, für unsere Kinder in ein Angestelltenverhältnis zu gehen. Ich bin mal gespannt, wie das sein wird. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese... Es ist ein anderes Denken. Es ist ein anderes Denken ausgerichtet darauf, dass man Verantwortung hat für all die Mitarbeiter, die man eingestellt hat. Dass man überlegen darf, können wir dieses Geld generieren im Folgejahr und können wir die Gehälter tragen und lohnt sich das? Oder, oder? Dass jeder Mitarbeiter so seinen Arbeitsplatz bekommt, der ihm wirklich passt im Sinne von Fähigkeiten und Möglichkeiten. Wie gehst du damit um? Wie stellst du die Leute ein nach ihren Fertigkeiten? Oder wie macht ihr das in einem Unternehmen? Ja, zunächst einmal überwiegend im Vorstellungsgespräch. Also Zeugnisse haben bei mir weniger Bedeutung. Ich versuche da schon sehr stark auf die Persönlichkeit einzugehen und das herauszukitzeln, was da wirklich in den Menschen drinsteckt. Und dann gelingt es einem mal, aus einem was zu machen und manchmal gelingt es dann eben auch nicht. Dann muss man sich aber auch dann frühzeitig wiederum trennen. Ist, glaube ich, für alle Beteiligten dann das Sinnvollste. Ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn ich das so sagen darf, dass bei der ersten intensiven Geschichte, die man miteinander hat, sich herausstellt, ist ein gemeinsamer Arbeitsweg möglich und sinnvoll oder nicht. Oft geht man hin und sagt, naja, dann probieren wir es nochmal, man lässt nochmal eine Chance. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, eigentlich hätte man sich auf sehr faire Art und Weise sehr früh schon lösen dürfen. Kennst du das? Ja, kenn ich genau. Also ich denke mal, wenn man innerhalb der ersten drei Wochen hat, man ein Gefühl dafür, ob das Zukunft hat oder keine Zukunft hat. Und natürlich macht man das dem Mitarbeiter zuliebe oder auch vielleicht den Kollegen zuliebe und versucht nicht sofort, alles hinzuwerfen und versucht dann nochmal den einen oder anderen Schrift. Aber es hat sich in der Regel bewahrheitet, dass das erste Gefühl, was nach drei Wochen aufkommt, das Richtige war. Ich hatte auch nach längerer Zeit, ich hatte einmal, ich bestimmt zwei Wochen nachts nicht geschlafen und habe mir Gedanken gemacht über eine Person, die bei uns gearbeitet hat. Und es hat mich sehr aufgeregt. Also auf Deutsch, ich habe mich richtig geärgert, immer und immer wieder. Und dachte dann, na, versuchte kommunikativ damit umzugehen. Man redet drüber, man sagt, ich wünsche mir das und das und das. Aber ich hatte einen unglaublichen Kampf von dem Zeitpunkt, dass ich die Kündigung im Herzen getragen habe für denjenigen, bis ich sie ausgesprochen habe. Als ich dann im Kündigungsgespräch saß und gesagt habe, jetzt werden sich unsere Wege trennen, weil, hat er mich gar nicht ausreden lassen, sondern sagte, oh, endlich kündigen Sie mir. Ja, endlich kann ich gehen. Ich wollte sowieso nicht hierbleiben. Ich habe gar nichts gegen Sie, aber das hier ist nicht meine Welt und ich will weg. Eigentlich bin ich nur geblieben, damit ich Arbeitslosengeld bekomme. Boah, da kam so ein zweiter Punkt, wo ich dachte, das war nicht meine Intention, dass ich jemanden entlasse, dass er dann Arbeitslosengeld bezieht und dem Gemeinwohl obliegt. Aber ich habe für unser Unternehmen keine Chance gesehen, beieinander zu bleiben. Und dann kam es auch zu dieser Kündigung. Faszinierend fand ich aber mein Kampf, verstehst du? Dieses lange Hadern und dieses, wenn, dann, obgleich einfach ein Mensch schon lange mit einem Geschäft abgeschlossen hat. Und das merkt man irgendwann, habe ich so den Eindruck. Also wenn die Kündigung innerlich ausgesprochen ist, dann gibt es kaum mehr einen Weg zurück. Ja, genau. Also da muss schon viel passieren, dass der Mitarbeiter sich massiv verändert oder irgendwie in die Pötte kommt. Aber wenn die innerlich ausgesprochen ist, das habe ich schon erfahren, dann sollte man auch relativ schnell reinen Tisch machen, weil das ist für alle Beteiligten nur eine Qual. Ja, ich gehe inzwischen sogar so weit und sind mein Mann und ich uns sehr einig, dass wir ab dem Aussprechen der Kündigung auch direkt das Arbeitsverhältnis beenden. Ja, beenden. Also wir sehen uns dann nicht mehr vor Ort. Natürlich werden die Vertragsbedingungen eingehalten. Das ist ja ganz klar. Aber es ist auch ab dieser Aussprache einfach vorbei. Und ich glaube, so ist es umgekehrt. Wenn jemand eingestellt wird, so ist es einfach auch eine Ansage, eine Fürsprache für jemanden. Und ich persönlich liebe im Unternehmen Menschen, die offen sind. Mein Mann und ich sind sehr wildgeistige Menschen, die immer wieder neue Ideen haben und meinen, jetzt müssen wir das und das und das umsetzen. Und diese Ideen, die kommen wirklich über Nacht. Dann kommt man morgens ins Unternehmen und sagt, vergesst alles, was wir vorgestern entschieden haben. Wir machen es heute neu. Und ein bisschen habe ich das bei euch miterlebt. Also wir durften euch kennenlernen im Sinne der Werbeagentur. Ihr macht eine sehr, sehr schöne kreative Arbeit, wie ich finde, die jetzt mit dem Kommunalen an sich gar nichts zu tun haben. Es gibt die Betreuung der Internetpräsenz. Internetpräsenz und all diese ganze Welt, die obliegt euch auch. Da habt ihr gute Leute, ne? Ja, das war schon schwierig genug jetzt. Also die kleine Mannschaft, die wir jetzt in Bernkassel haben, ist gut und ausgesucht. Und wir bilden auch aus. Also wir übernehmen jeden Auszubildenden, den wir ausbilden dürfen. Das kommt dann also alle zwei Jahre, kommt dann jemand Neues dazu, wenn er dann bleiben will in der Region. Aber ich habe vor drei Jahren mich auch im nächsten größeren Oberzentrum, also in Koblenz, mit einem weiteren Agenturstandort breitgemacht, um da eben aus einem größeren Mitarbeiterportfolio auch schöpfen zu können. Also die ländische Region hat schon das Nachsehen um den Fachkräftemangel. Schade eigentlich. Es ist deswegen schade, weil wir eben auch erleben, dass es eine andere Qualität hat, dass jeder jeden kennt. Und das ist ja nun mal so. Also in so einer Region oder in so kleinen Räumen, in Anführungszeichen, kennt jeder jeden. Und das bildet aber auch ein gewisses Kraftpotenzial, wie ich finde. Also dass du sehr zusammenrücken kannst und kannst aus dem Wenigen auch viel machen. Ja, das muss ja gar nicht so sein, dass man immer auf große Menschenmassen und Ähnliches angewinnt. Nein, der ländische Raum hat durchaus seine Reize. Man muss sich nur dafür entscheiden. Man muss sich einmal dafür entscheiden. Und die sich entschieden haben, die gehen auch selten wieder zurück, weil es einfach angenehmer ist. Mit weniger Stau, mit weniger Ärger, mit weniger Stress, mit genügend Kindergartenplätzen, mit Schulen, die noch, ich sage mal, sich auf Wissensvermittlung konzentrieren können. Also all diese Vorteile, die der ländische Raum bietet, die sind vorhanden. Nur wir tragen es nicht nach außen. Ja, genau. Die jungen Menschen glauben immer noch, ihr Heil in der Großstadt zu sehen, weil da eben ein bisschen mehr rum ist. Aber das Land hat seine Reize. Natürlich, in einer Großstadt fällst du vor die Tür und hast eigentlich das kulturelle Angebot in allen Ebenen. Ob du auf ein Heavy-Metal-Konzert gehen möchtest oder eben zur Philharmonie möchtest oder ins Kino gehst oder eben auch vom Essen. Und das gebe ich ja ehrlich zu, dass mir im ländlichen Gebiet immer mal das Sushi fehlt oder Ähnliches. Aber das ist eben so die Frage, was ist wirklich wesentlich und kannst du für das andere nicht auch mal rausfahren? Und für uns, die ländlicher leben, ist es ja kein Thema, eine Stunde, anderthalb Stunden Auto zu fahren. Wir sind das gewöhnt und das ist eine Distanz, die ich sogar inzwischen sehr schätze, wo ich sage, das eine ist das eine und das andere ist das andere. Allerdings kann ich schon verstehen, dass die, die diese belebte Stadt lieben und auch so groß geworden sind, es ihnen unglaublich schwerfällt, wieder rauszugehen. Aber es hat alles eben seine Qualität. Wir haben auch mal in der Stadt gelebt. Ich glaube, dass beides mal erlebt sein darf, dass man weiß, was man auch möchte oder welcher Typ man ist. Mir hat immer so ein bisschen die frische Luft gefehlt. Weißt du, so die Natur und diese Weite, das hat man in einer Stadt, wenn man mitten in der City oder am Platz wohnt, hat man das in einer Wohnung so eben nicht. Und das ist eben eine Frage des Bedürfnisses, das man hat oder eben auch nicht. Würdest du noch einmal in deinem Leben die Werbeagentur beginnen oder würdest du noch was anderes anfangen wollen? Mir fallen jeden Tag Dinge ein, die ich noch immer noch anfangen möchte. Also ich hoffe, dass mir noch einiges begegnen wird in der Zeit. Aber die Werbeagentur ist zunächst einmal mein Lebensunterhalt oder dient meinem Lebensunterhalt. Das muss man natürlich auch hüten wie ein Schäfchen, damit das eben dann auch jedes Jahr zu einem Erfolg beiträgt. Wir sind uns touristisch ein bisschen am Orientieren, indem wir eben einige Feriwohnungen auch jetzt in Bernkassel-Koos betreiben. Und so bin ich dann auch da so ein bisschen unterwegs. Würdest du dich als sehr sicheren Menschen bezeichnen, der auf Sicherheit geht, der einen Schritt nach dem anderen macht? Oder bist du schon auch mal ein emotional gesteuerter Mensch, der sagt, so eine wilde Idee, die muss jetzt sein? Ich glaube, da gibt es so zwei Herzen, die in meiner Brust daneben schlagen. Auf der einen Seite bin ich durchaus ein Zahlenmensch und ich lasse mir immer alles gerne erst mal in einer Kalkulation zugegenführen. Das spricht im Prinzip dagegen, dass man mal so aus dem Effekt sowas macht. Aber nichtsdestotrotz habe ich das aber auch schon hinter mir gebracht. Ich war mal Inhaber eines Reisebüros in Berlin. Das war mal so eine Odyssee in der Zeit, als wir sehr preiswert nach Berlin fliegen konnten. Hier aus dem Ost-Bern-Kassel-Kuss heraus. Wir haben einen Flughafen nahegelegt und da konnte man sehr preiswert nach Berlin fliegen. Und da dachte ich, es musste irgendwas in Berlin machen. Unternehmerisch irgendwas in Berlin machen, diese Aufbruchstimmung nutzen. Das war dann 2003, 2004, wo ich da begonnen habe, in Berlin mit einem Reisebüro was zu machen, mit einem Partner zusammen. Das habe ich aber dann noch vier Jahre wieder aufgegeben. Okay. Das war dann doch zu weit. Was hat dir gefallen in Berlin, als du das gemacht hast? Also Berlin ist eine Stadt. Ich bin jede Woche einmal nach Berlin geflogen. Und die Stadt ist innerhalb von einer Woche hat die sich rasend schnell verändert. Enorm verändert. Vor allen Dingen, wir waren sehr stark im Osten. Also in Friedrichshain waren wir da mit dem Büro ansässig. Und da ist immer was passiert. Und das hat mich fasziniert. Diese Stadt hat mich einfach fasziniert. Was da in Berlin so, nicht nur an Kultur, aber auf der Straße, in der Szenerie, in die Renovierungen, die Häuser, die sich verändert haben, die Straßenzüge, die sich verändert haben. Wahnsinn. Ja, was da alles so möglich ist. Und ich finde, so jede deutsche Stadt hat so seinen eigenen Spirit. Man kann das gar nicht so beschreiben. Also wenn man in Hamburg ist, also so hier zu sein, ist für mich immer wieder wundervoll, weil es einfach eine sehr, ich sage es mal so, jetzt oute ich mich wirklich, ja, eine sehr feine Stadt ist. Also sie ist mit Stil, mit etwas ruhiger, aber eben auch wilder Anteile. Klar, wenn ich auf der Reeperbahn bin, ist das eine andere Geschichte, als an der Alster zu sitzen. Aber dennoch, es hat eine, ja für mich eine sehr, sehr feine Art. Und Köln hingegen hat so eine Hallo-offene Art. Ja, das ist ein, jede Stadt hat so seinen ganz, ganz eigenen Spirit, den man manchmal gar nicht so in Worte fassen kann. Und diese Lebendigkeit und Vielfalt von Berlin, das ging mir ähnlich, gerade so in dieser Zeit, wo alles irgendwie möglich war. Das war so wie New York in Deutschland, nur in klein. Ja, so dieses, was gibt es alles und draußen zu sitzen und die Menschen zu erleben, war eben aber vielleicht auch eine Sache unseres Alters geschuldet. Man sagt, man erlebt das nochmal intensiv oder man sitzt eben draußen, was wir vielleicht manchmal heute gar nicht so tun, weil wir so geschäftig sind. Das sollten wir vielleicht öfter mal machen. Der Veränderungsprozess, der ging da eben rasend schnell. Das konnte man eben, und ansonsten braucht man eine Generation oder zwei Generationen dafür, bis sich eine Stadt so umgekrempelt hat und so weiterentwickelt hat. Und das war in Berlin eben nicht so gewesen. Und das war spannend. Die Zeit habe ich genossen da. Aber jetzt fahre ich dann eher nur noch privat oder auf Messen dahin. Ich finde ja, wenn man sich so unterhält, das hört sich ja so alles sehr ruhig an, Frank. Aber wenn ich zurückdenke an so den jungen Mann, der Arsch mal Vater war, also natürlich heute noch ist, aber eben damals Vater war und wirklich über den Zaun entscheidet, ja, ich kaufe jetzt die Werbeagentur. Also das ist ja doch ein sehr mutiger Schritt. Und erst mal weit gefehlter Sicherheit. Das darf ich sicherlich sagen. Also war es deiner Jugendhaftigkeit geschuldet, dass du den Mut aufgebracht hast? Oder würdest du sagen, nein, das habe ich mich schon gut ausgerechnet? Also ich war damals ja 29 Jahre alt gewesen und hatte bis dahin schon gemerkt, dass alles, was ich so anpacke, mir auch irgendwie gelingt. Ja. Und man hat ja auch Selbstbewusstsein in sich selbst, um einen gewissen Schritt zu gehen und den auch zu machen. Und ich kam aus dem Studium heraus. Ich habe sehr spät studiert, bedingt durch meine Berufsausbildung hier vorhin. Und was genau hast du studiert? Ich habe Wirtschafts- und Ingenieurwesen studiert. Also ich hatte mich eher konzentriert auf Energietechnik und auf betriebswirtschaftliches Führen von Kraftwerken. Das war so meine Welt. Kommen wir aus dem Kraftwerksbereich. Also die könnten dich heute schon gut gebrauchen. Das ist schon klar. Ja. Also RWE hat ja so einen Stand, der, wenn ich das so von außen so mitbekomme, eben auch seine Schwierigkeiten hat. Und ich glaube, dass die dich da tatsächlich heute sehr gut gebrauchen könnten. Ja, vor allen Dingen, weil damals war ja das Thema erneuerbare Energien, war ja noch, das Wort gab es noch gar nicht so richtig dafür. Obwohl wir mit den Wasserkraftwerken ja schon immer erneuerbare Energien produziert hatten. Die ersten Windkraftwerke kamen auf. Die so ersten Blockheizkraftwerke wurden gebaut. Und in dieser Zeit, dieser Phase, in diesem Umbruch des Energiewandels, bin ich dann quasi mit reingewachsen. Und da hat natürlich vieles auch mit Wirtschaftlichkeit zu tun. Und da hätte ich mich auch sehr wohl gefühlt. Aber waren damals die Berufschancen für den Beruf überwiegend und ausschließlich nur im Ausland. Und mit junger, kleiner Familie wollte ich das dann eben nicht ins Ausland gehen. Sondern da habe ich eben ganz bewusst für die Heimat entschieden. Diese Kraftwerke sind auch meistens an Orten, die auch sehr ländlich sind. Das ist richtig, oder? Wer beim RWE arbeitet, als Mitarbeiter vor Ort. Die Wasserkraftwerke, ja klar, dass die nicht mitten in der Stadt sind, liegt auf der Hand. Aber das ist ebenfalls so, dass du da ja schon eher ländlich orientiert warst, ohne es, glaube ich, bemerkt zu haben, oder? Kann ich das so sagen? Ja, kann man so sagen. Außer jetzt Koblenz ist sicherlich oder so größere Standorte. Aber RWE, auch das, korrigiere mich, wenn ich da was Falsches sage, aber auch so Atomkraftwerke wie Mülheim-Kerlich gehörten auch dazu. Genau. Hatte mit erneuerbarer Energie wahrlich nichts zu tun. Nein, das war ja Mitte, Ende der 80er Jahre. In der Zeit, als ich meine Ausbildung begonnen habe, ist Mülheim-Kerlich mal für kurze Zeit ans Netz gegangen. Ja. Und auch sofort wieder abgeschaltet worden. Also wir haben das live erlebt, die Höhen und Tiefen im Prinzip des Atomausstiegs, den wir ja hier bei uns aus der Sicht der Region erlebt haben. Und das Kraftwerk wird im Moment abgerissen. Unglaublich, ja. Weil Jahre für Millionen und Abermillionen wieder abgebaut, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, genau. Da läuft jetzt ein Roboter über den Kühlturm und gräbt das langsam ab. Unglaublich. Also unglaublich, was da passiert ist in der Bewegung tatsächlich. Ja, alles hat immer seine Zeit, sage ich mal. Der Atomstrom hatte seine Zeit, der Siegel hatte seine Zeit. Und somit bewegen wir uns jetzt auf eine neue Zeit hin. Und das sollten wir danken, annehmen und uns da auch immer wieder weiterentwickeln. In der Werbeagentur bewegt man sich da auch auf neue Zeiten hin? Also passiert da auch viel im Sinne dessen, dass die Kommunikation nach draußen, die Präsenz nach draußen sich auch in der Gestaltung verändert? Und im Design? Ja, also Design, gutes Design, glaube ich, kann man sowohl früher als auch heute gleich bewerten. Also die Grundzüge von gutem Design stellt jeder fest. Es gefällt oder es gefällt nicht. Manchmal weiß man gar nicht, warum es so gut gefällt. Aber es liegt ja oftmals am Design, dass es einem gut gefällt. Womit wir heute mehr zu kämpfen haben, sind die viele Ausprägungen der verschiedensten Medien. Also die Kunden, die sind ja hin und her gerissen. Steuere ich noch in Print, in Media, in Social Media, ins Internet? Also es gibt so viele Medien, wo man eben ausstreuen kann und da muss man natürlich sehr stark schauen, wo tummeln sich meine Kunden. Das heißt, es ist viel mehr wichtiger zu wissen, wer sind überhaupt meine Kunden, als letztendlich das Medium. Also jetzt auf alle Medien zu setzen. Also wenn ich das richtig verstehe, so für uns sind die Multimedia-Ebenen sehr wesentlich, also für Hermann und Kerstin Scherer. Das ist so unsere Plattform, wer sieht uns, wer möchte uns sehen. Aber natürlich für ein Elektrogeschäft vor Ort macht es weniger Sinn tatsächlich, weil eine gewisse Altersklasse auch noch gar nicht den Internetzugang in dem Sinne hat, dass sie alles googeln wie wir. Also für uns ist das eine Selbstverständlichkeit, ins Netz zu gehen und Facebook, Instagram und, und, und ist alles ein gängiges Medium. Aber natürlich darf man da unterscheiden, wer ist wer und wofür ist etwas wichtig. Aber glaubst du, dass es eine Welt ohne Internet überhaupt noch gibt oder geben kann? Nein. Nein, unmöglich. Das Internet wird uns zunehmend noch einnehmen, im täglichen Leben einnehmen, in der Werbung einnehmen. Aber auch die klassischen Formate, die werden nicht aussterben. Da bin ich fest von überzeugt. Und haben auch nicht unbedingt was mit dem Alter zu tun, sondern auch was mit Werten zu tun, mit Haptik zu tun, mit Gefühl zu tun. Ja, ich wehre mich ja mit Händen und Füßen gegen die Tatsache, dass das Buch übers Kindle abgeschafft wird, oder? Und ich war letztens im Flugzeug und dann hatte ein Herr neben mir, hatte dieses Kindle bei sich. Und habe ich doch mal, also ich gebe ehrlich zu, das ist so eine Grundsache, dass ich sage, also ich will das gar nicht gut finden. Ja, ich liebe Bücher und ich will das gar nicht gut finden, dass das irgendwann mal ein Anreiz für mich sein könnte. Aber ich habe eben doch mal geschniepselt. Und es ist dann schon so, dass man es gut lesen kann, aber ganz, ganz ehrlich, ein Buch in der Hand und das Haptische eines Papiers will ich dadurch auch wirklich nicht ersetzen. Ich habe mal so probiert, ein bisschen offener zu sein, oder? Ja gut, man nutzt ja auch beides. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man eine Zeitschrift heute in die Hand nimmt oder ein Buch in die Hand nimmt, und dass man das andere dann als Wettbewerb oder als Konkurrenzmedium sieht. Man nutzt ja im Prinzip alles zusammen. Und das macht ja, glaube ich, die Vielfalt auch. Bei mir ist das noch ein bisschen anders. Also ich habe das immer noch als Konkurrenz des Buches gesehen tatsächlich. Es gibt so Dinge. Mein Mann ist sehr, 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 sehr schnell darin. Und der probiert alles. Und er liebt auch alles, was mit der ganzen Technik und so zu tun hat. Und in mir wehrt sich das immer noch so. Also ich habe, glaube ich, relativ lange gebraucht, um endlich bei Facebook zu sein. Da war doch früher, wer kennt wen, kennst du auch noch. Das war noch so meine Plattform. Och, das ist doch kein Facebook. Und jetzt lerne ich Instagram auf eine ganz neue Weise kennen, weil unser Team sehr jung ist. Und die sagen, wow, wie alt muss man sein, dass man immer noch bei Facebook ist. Das ist so faszinierend auch, wie die Generationen trotzdem. Also ich glaube schon, dass es eine Altersthematik ist. Denn also mir fällt es bei Facebook doch leichter, weißt du. Also da wird etwas gepostet. Das ist fix in der Timeline. Und bei Instagram gibt es die Story. Und dann gibt es dann auch nächstes Mal. Und das funktioniert eben anders. Also verstehst du die Systeme immer recht schnell? Ja, du schon. Ja, ich muss mich schon mit Auseinandersetzungen beschäftigen. Das ist ganz klar. Und die Zeit ist extrem schnelllebig. Natürlich auch Instagram wird irgendwann abgelöst werden von irgendeinem oder anderem Programm. Das kommt und das geht. Und wir müssen dann immer die Zeit eben nutzen mit dem Medium, was dann eben gerade hip ist und passend ist. Das macht doch unglaublich viel mit unserer Gesellschaft, dass wir diese Plattformen haben. Es sind für mich so zwei Welten, Frank, weißt du. Also diese ganz normale Welt. Wir zwei unterhalten uns jetzt hier. Und ich schätze auch das Fernsehen, weil wir auch mal ein etwas langsames Fernsehen machen können, weil man uns auf zuhören kann. Man kann uns auf eine ganz andere Art und Weise folgen als in dieser doch enormen Geschwindigkeit, die man sonst so sieht. Und gerade dieses, es war faszinierend, ein guter Bekannter von mir, der dem völlig entsagt, der hat gesehen, dass ich bei Instagram ein Bild gepostet habe. Und er sagte, zeig mir das mal. Und dann habe ich ihm das erklärt, den Post, und dass man dieses Like macht. Und dann schaut er mich völlig fassungslos an, wie so einer, der vom Mars auf unserem Planeten gelandet ist. Und wie kann es einem denn wichtig sein, dass man geliked wird? Und wer macht das denn überhaupt? Also völlig fassungslos, dass wir Menschen in einer Welt stattfinden, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Und dann sagte ich, ja, das stimmt. Es ist bei Facebook erfolgreich zu sein oder zu wirken, ist so, wie wenn ich bei Monopoli Multimillionär wäre. Das ist schon richtig, ja. Es ist eine Scheinwelt erst mal. Man zeigt das, was man will. Aber es ist aber auch mehr. Es ist ja fast wie eine Tageszeitung geworden für uns. Wenn wir morgens da schon reinschauen, das machst du sicherlich auch, oder? Wer ist gestorben? Was ist passiert? Das sind die, also ganz ehrlich, im letzten Jahr die dramatischsten Ereignisse habe ich über Facebook an Informationen bekommen. Wie sieht das bei dir aus? Ja, also ich lese nach wie vor noch die Tageszeitung, jeden Tag, ja. Das gehört aber, glaube ich, auch zu meinem Beruf und zu meinem ehrenämischen Engagement. Und zu deinen Werten und zu deiner Bildung. Wobei ich die aber auch schon als blätterbare Zeitung auf dem iPad lese. Das hat aber eher mit dem Austräger dann zu tun. Okay. Dass mich die Zeitung dann nie dann erreicht, wenn ich dann Lust habe zum Lesen. Das heißt, ich komme jetzt nachts, kommt die dann eben, als App kommt die dann an. Und wir lesen, ich lese dann jeden Morgen meine Zeitung. Der lokale Teil ist natürlich besonders interessant auf der einen Seite und dann das, was so drumherum noch passiert ist, um dadurch auch im Laufen zu halten. Und Facebook spielt natürlich auch eine ungeheure Sonne. Der spielt ja bei uns, also in meinem Alter ist das ja, täglich ist man da drin, um eben da auch die neuesten Dinge zu erfahren. Meinungsbilder abzuholen, Richtungen zu erkennen, wo geht es denn überhaupt hin, gesellschaftlich wo geht es denn, und da ist das Facebook oder die sozialen Medien schon ein Abbild der Gesellschaft und kann man viel ablesen. Das finde ich auch und ich finde es auch teilweise sehr erschreckend, also gerade, was darf man sicherlich sagen, was Rechtsradikalismus betrifft und wie laut das geworden ist. Und über diese Medien finde ich es nochmal extremer, als diese Medien eben nicht zu verfolgen. Ich bekäme das sonst so extrem nicht mit, Frank. Ja, Facebook ist ja ungefiltert. Da sitzt ja keiner in der Redaktion, im Regiepult wie im Fernsehen oder in den Nachrichten, die im Prinzip beeinflussend Medien ausstrahlen. Facebook kommt ungefiltert an, in allen Extremen, in allen Extremen. Und man muss dann aber Acht geben, dass man eben auch nicht den Fake News aufersessen ist. Und da muss man schon genau hinschauen, ist das, was berichtet wird, hat das ein Wahrheitsgehalt oder hat es eben kein Wahrheitsgehalt? Ja, und was ich auch so erlebe, für mich persönlich manchmal diese Meinungen, deren Meinung ich nicht bin, auch mal durchzulesen und zu verstehen, woher das kommt und woher gerade was diese, ja, wir dürfen ja nicht politisch werden, aber es gibt ja doch die eine oder andere Partei, die da dafür steht, eher mal in die eine oder andere Richtung lauter zu sein, sehr plakativ zu sein oder auch Parolen rauszuhauen, die sehr, sehr klar und sehr intensiv sind. Und ich kann verstehen, dass man Ängste hat. Ich kann verstehen, dass man frustriert ist und vor allen Dingen in Einzelsituationen, dass es vielen, vielen Menschen hier nicht gut geht. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen und ich finde schon, dass man aus einer anderen Sicht darauf schauen darf. Und ich glaube auch, dass es politisch sicherlich nicht uninteressant ist, sich diese Seite auch anzuschauen, anstatt immer nur so zu tun, als ob alles angegangen wird und sich eben nicht darum zu kümmern. Und wir hatten, ja, wir hatten das im Zweiten Weltkrieg hier, wir hatten die Meinungsbildung, wir hatten auch eine lautstarke Diskussion darum. Und ich habe mich als Kind immer wieder gefragt, als uns das so vorgestellt wurde in der Schule, wie es zu dem Weltkrieg gekommen ist. Und ich habe mich immer gefragt, wieso hat denn da keiner was gesagt? Das ist doch total schrecklich, dass dort Menschen ermordet wurden, dass der Judenhass entstanden ist. Aber die waren doch gar nicht alle Judenhasser. Also wieso ist das nicht, wieso hat keiner etwas gesagt? Und jetzt erleben wir eine ganz neue Zeit, aber ähnliche Wirkungsweisen. Ich glaube, dass wir hier in Deutschland, und das ist auch anders, immer uns mit dem begnügen, was dann da ist und wie es dann eben kommt und oft auch mal wegschauen, zu oft wegschauen. Man lebt ja schon im europäischen Ausland schon. Wenn man nach Frankreich schaut, wenn denen was über sich passt, dann werden sich gelbe Westen angezogen, dann wird auf die Straße marschiert. Dann werden in Vierteln eben mal mit Randale, mit Lautstärke, werden dann eben politische Meinungen gebildet. Und bei uns findet eben viel Propaganda statt im Internet, im Facebook, genau heute wie früher. Propaganda, die in eine Richtung gehen. Und die vielen, vielen Menschen, die das lesen, die sind einfach zu still. Wenn die Masse ja auch aufstehen würde und würde dagegen gehen, dann gäbe es ja ein ganz anderes Bild im Internet. Ja, erinnere dich mal an diese musikalische Aktion der Toten Hosen jetzt vor grauer Zeit. Wie viele sind da aufgestanden und mitgegangen, fand ich schon großartig, das so mitzuerleben. Und ich glaube, es ist, aber sie haben auch mit harten Kämpfen auch zu tun. Sie werden angefeindet in einer sehr, sehr hohen Form. Und das erschreckt natürlich, also gerade die, die stilleren Menschen, die sich hier Gedanken darum machen. Und ich bin mir sicher, dass es ganz viele Menschen gibt, die zum einen die Ängste in sich tragen und sagen, hm, vielleicht ist ja mal ganz gut, dass jemand auf den Putz haut, weil alles finde ich auch nicht in Ordnung. Und auf der anderen Seite aber eben auch diese Stille gegeben ist zu sagen, naja, also uns geht es noch so, so gut, dass wir das als Gesellschaft vertragen können. Und das bewegt mich schon sehr, gerade wenn man Kinder hat, dass wir überlegen, in welche Welt geraten die Kinder hinein, welche Werte vermittelst du dann den Kindern, dass sie auch, wenn es zu Krisen kommt in dieser Welt, auch gut durch diese Welt kommen. Oder machst du dir die Gedanken auch sicher? Klar, also meine Kinder oder unsere Familie generell, das spreche ich aber für meine Brüder oder für meine Geschwister, meine Eltern. Wir wissen schon, dass man sich auf sich verlassen kann. Und wenn da einer mal in Schieflage gerät, glaube ich, wird das familiär schon in irgendeiner Form gelöst werden. Ja, genau. Und das ist immer die Basis, die kleinste Einheit, die man überhaupt hat in einer Gesellschaft, ist die Familie. Genau. Und die muss funktionieren. Und wenn die funktioniert und die dann eben auch mit Werten gefüllt sind, dann überträgt sich das auch alle auf die großen Sachen. Und dann ist man auch nicht empfänglich für Propaganda. Dann kann man schon sehr abwägen. Wenn man das eine sieht und das ist Elend oder die armen Menschen und die Missstände in einem Staat sieht, muss man aber auch überlegen, was macht denn die andere Seite? Welchen Preis bezahle ich dann dafür, dass es eben allen gut gehen muss? Gegebenenfalls. Und wenn der Preis zu hoch ist, dann muss ich abwägen. Genau. Natürlich haben nicht alle das Glück wie wir, dass wir in eine Familie hineingeboren wurden, die stabil ist, die ein stabiles Elternhaus haben. Und ich erlebe schon immer mehr Familien, die eben genau das nicht haben. Und meine Kinder haben auch viele Kinder im Umfeld, die genau das nicht haben. Das berührt mich sehr. Und ich stelle mir sehr wohl die Frage, wie kann man so seinen kleinen Anteil daran beitragen, zu sagen, ich helfe ein bisschen mit. Und ich glaube, das geht nur, indem man eben auch etwas tut, was du ja auch gerne tust, über das man gar nicht spricht, sondern man tut halt irgendwas für spezielle Menschen, die einem über den Weg laufen und sagen, die haben die Familie nicht und vielleicht auch das Geld nicht. Vielleicht hilft man dann mal selbst. Und ich finde diese Werte des Miteinanders sehr, sehr wesentlich. Und da zu sagen, ich gebe halt meinen Beitrag. Eine Nachbarin oder eine Nachbarfamilie von uns, die haben einen Flüchtling aufgenommen. Und natürlich wurde das hier im Dorf sehr ängstlich betrachtet. Also, wow, jetzt holt man einen Flüchtling, weiß Gott, wie der ist. Und dann, was kann da passieren? Die hatten mit sehr, sehr viel zu tun. Aber ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, haben die aber auch mit ihm Konflikte gehabt. Das ist nicht so leicht, wenn man aus zwei Welten in eine gerät. Und diese Haltungen und diese Art zu denken, so unterschiedlich ist. Und was mich wirklich bewegt hat, dieses unter ein Dach zu kriegen, mit all der Unterschiedlichkeit. Irgendwann zu sagen, dann lasse ich dir deine Meinung. Meine ist das nicht. Ja, also ein frauenfeindliches Bild zum Beispiel haben wir nicht. Also hoffentlich nicht. Und diese ganzen Werte, dass Männer eben doch die dominierte Welt dort sind. Und, 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 und. Interessant zu erleben. Aber auch den Mut aufzubringen, so ein, nenne ich es jetzt mal, Projekt auch zu starten. Dann kann man sagen, der hilft ja nur einem. Aber sie hilft einem. Ja, aber wenn das Schule macht, dann sind es wieder viele, die vielen helfen. Ganz genau. Irgendwo muss der Anfang ja, muss der Anfang ja gemacht werden. Und ich glaube sehr wohl, und da gelingt, das gelingt uns natürlich auch hier bei uns im ländlichen Raum nochmal einfacher, eine Integration zu üben als in den Städten, wo dann einfach das, das kritische, das kritische Menge ist einfach da überschritten worden. Ja, das ist schon, ja. Und deswegen muss man eben auch an den Start gehen. Da muss einfach viel mehr verteilt werden. Da muss geschaut werden, wo, wo passen die gut rein? Welche Umfeld passen die gut rein? Es gibt ja Regionen in Deutschland, die sind eben ein bisschen besser gestellt durch ihre Infrastruktur, durch ihre Jobs, durch ihre Arbeitslosenzahl. Da passen die dann eben besser rein als in Gegenden, wo ohnehin schon Elend ist. Und das, das würde, glaube ich, nicht gemacht. Man hat, also mit der Gießkanne hat man verteilt. Und am Ende des Tages sind die dann in großen Städten alle hängen geblieben. Und dann kommen dann eben die Probleme auf. Und wenn Probleme aufkommen, unabhängig davon, ob das jetzt ideologisch ist oder ob das denen anerzogen worden ist. Aber ich glaube, wenn man den Menschen deutlich und klar macht, wie unsere Werte sind, dass unsere Werte auch wichtig sind, dass man die einhalten muss, dann versteht das auch jeder Mensch. Und da braucht man keine hohe Schulbildung für. Genau. Und die Strafbarkeit haben wir bei diesen und bei diesen Menschen. Ich glaube, das ist etwas, was ein ganz anderes Thema darstellt. Das ist natürlich etwas, was dann kommt als Vorwurf. Und die Organisation hätte bei weitem eine günstigere sein können. Ich glaube, das ist sehr freundlich ausgedrückt. Und er hätte einige Probleme erübrigt. Und wir kämpfen mit sehr intensiven menschlichen Problemen innerhalb Deutschlands, trotz des guten Landes, in Anführungszeichen. Und das ist nicht zuletzt eben auch, was mit Bildung zu tun hat. Aber diese Wertetreuheit der Familie scheint in einigen Bereichen und in einigen Familien abhandengekommen zu sein. Und das gab es früher auch, aber nicht in dieser Häufigkeit. Sehe ich das alleine so oder würdest du das auch so unterstreichen? Dabei kann ich das jetzt so bestätigen. Also ich glaube, dass wir mehr verloren haben, uns um die anderen Sachen zu kümmern. Also wenn es früher in den Familien Missstände gab, dann wurden die Kinder auf der Straße erzogen. Dann hat sich im Prinzip eine Kommune, ein Straßenzug, darum gekümmert. Es gibt so ein afrikanisches Sprichwort, du brauchst dein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Das ist wohl wahr. Ja, genau. Stimmt. Und unser soziales Netzwerk hieß draußen. Und da hat das dann irgendwie immer funktioniert. Aber auch diese Dinge funktionieren eben heute nicht mehr. Das heißt, wenn Missstände im familiären Umfeld da sind, ist der junge Mensch oder das Kind ja auch auf der Straße allein gelassen. Man schaut ja eher weg als hin. Man schubst eher weg, als jemanden aufzunehmen. Und auch hier sind, glaube ich, unsere Kindergärten, unsere Horte, unsere Schulen gefragt, eben immer die Hand zu reichen. Und um allen Menschen auch den Hinweis zu geben, haltet die Hand. Und deswegen auch mein Engagement, sehr stark in den Fördervereinen, der Grundschulen, aber auch im Kindergarten, um auch hier, weil wir auch einen hohen Integrationsanteil haben oder Migrationsanteil haben für so einen ländischen Raum. Also da liegt schon beinahe 40 Prozent in unserem Kindergarten. Das ist viel, ja. Das ist viel. Aber hier machen wir eben durch Aktionen mit internationalem Frühstück, auch mit Gottesdiensten, die, ich sage mal, weil wir einen katholischen Kindergarten haben, die eben auch die Hand reichen zu den Andersgläubigen. Und das wird auch gerne angenommen. Ich versuche die aber nicht umzuerziehen, sondern die sollen nur verstehen, warum wir so denken. Und wir wollen verstehen, wie die denken. Und wenn man das, glaube ich, im Kleinen macht und das dann auch weiter fortführt, dann werden die Kinder durch die Gesellschaft groß. Das erlebe ich hier auch so. Das ist auch sehr wundervoll. Ich liebe es aber auch, andere Kulturen kennenzulernen. Ich bin immer sehr neugierig, wie denken andere Menschen. Was essen sie? Was empfinden sie? Wie gehen sie mit unterschiedlichen Situationen um? Und ich finde dann so eine offene Gastfreundschaft oder so eine herzliche Dankbarkeit auch wundervoll. Und auch zu hören, das war schon damals so, in unserem Umfeld gab es viele Amerikaner aufgrund der Stützpunkte, die im Umliegenden waren. Diese Amerikaner kennenzulernen, deren eigene Welt ja hier irgendwie bestanden hat. Und vielleicht kennst du das auch noch, dass man dort war und wirklich in diese amerikanische Welt eintauchen konnte. Das ist dann heute auch noch so, dass ich so eine Affinität nach Amerika habe, weil sie eben anders sind. Weil da gibt es so Dinge wie zum Beispiel eine Frau, ist da eben eine Frau, die behängen sich mit Schmuck, die schminken sich, egal wie, und die ziehen enge Sachen an. Und es ist mal egal, ob du Kleidergröße 34 oder 42 hast. Und die sind in Teilen eben anders. Es sind so Dinge, die mich fasziniert haben. Und die neuen Gerüche und Geschmacksstoffe. Und mein Gott, und auch mal die ungesünderen Dinge, die ich da kennenlernen durfte. Gut, die Amerikaner haben mit Sicherheit unsere Region ja massiv geprägt. Zusammen mit den Franzosen dann. Wir hatten ja sehr viele Besatzungsmächte früher gehabt. Die sind mittlerweile alle weg. Kaum noch zu sehen. Haben sich aber auch einkaserniert. Also die haben schon ihre Welt für sich gehabt. Also wenn man durchs Tor gefahren ist, war man quasi in Amerika. Ja, ganz genau. Mit allem drum und dran. Mit der Währung, mit der Sprache, mit den Lebensarten, mit den Lebensmitteln. Ja, wir haben sogar den Ausweis gezeigt, oder? Und da fing das schon an, dass man vom Check-up bis rein. Und das war für mich schon eine andere Welt. Und so ist es heute eben auch, wenn ich Menschen aus anderen Ländern begegne. Ich schätze das sehr. Ich probiere auch alles aus. Also ich probiere auch die Hühnerfüße, die Eingelegten, wenn man sie mir in dieser Gastfreundlichkeit übergibt, was mir jetzt auch vor geraumer Zeit widerfahren ist. Weil ich dann sage, naja, also im ersten Moment, ganz klar. Aber im zweiten, erstens ist es die Frage, wie man es hergibt. Und dann hat es auch etwas mit Respekt und liebevollem Entgegenkommen zu tun. Und dann lerne ich eine Welt kennen, wo ich dachte, hm, hätte ich jetzt nie gegessen. Interessant. Und ja, da fällt es mir, ich bin eigentlich eine, die sich sehr gerne vegetarisch oder vegan in Teilen sogar ernährt. Und die aber auch so darüber hinweg geht und sagt, ja, es ist mir wichtig, wie wir im Umgang miteinander sind. Aber das ist eine ganz subjektive Entscheidung, die man hat. Also die Chance ist schon, dass wir internationaler werden, kulturell vielseitiger werden. Und diese Chance, die sollte man einfach sehen. Durch die vielen Menschen, die hier nach Deutschland kommen oder nach Europa kommen. Man muss das ja alles ein bisschen europäisch sehen. Und wenn wir es schaffen, diese Kultur und diese vielen, vielen Menschen und Lebensarten in einem zusammenzubringen, das kann nur für alle gut sein. Und das ist jetzt, wenn ich das einfach mal so übertragen darf, auf dein Unternehmen, genau das, was da auch gelebt wird, wenn das, dass diese unterschiedlichen Mitarbeiter, du hast ja unterschiedliche Mitarbeiter, wenn ich das auch so sagen darf, so von außen betrachtet, dass jeder eine sehr starke, aber sehr eigene Persönlichkeit ist und die zum Ausdruck bringt. Und du bist da sehr verbindend oder ihr seid da sehr verbindend und habt da eine ganz eigene Welt geschaffen mit einer ganz speziellen Kraft. Und das würdest du doch, glaube ich, jedem empfehlen, zu sagen, na, pack mal was zusammen und verbinde mal. Oder sage ich das falsch, Frank? Nein, also man muss in allem immer die Chancen sehen und die Risiken erkennen. Ja, aber die Chance zu sehen, ist zumindest mal eine Tugend und eine Gabe, die man mal annehmen muss, die sollte jeder Mensch sehen. Ja, vielleicht, wenn ich ganz kurz unterbrechen darf, schauen wir mal rein in dein Unternehmen und wie es sich so darstellt und aussieht. So, mit all den Mitarbeitern und dem schönen Räumlichkeiten und kraftvolles Miteinander. Was würdest du jemandem mit auf den Weg geben, der gerade überlegt, sich selbstständig zu machen, Frank? Also als erles Erster würde ich ihm oft einen Mieter auf den Weg geben, nicht zu resignieren vor all den vielen Behördengängen, die er jetzt anstehen. Bis man dann mal seine Lizenz hat zum Geldverdienen in Deutschland, das ist schon ein harter Weg und auch an der Front kämpfen wir ja gegen Entbürokratisierung. Die Start-ups, das muss einfacher gehen, das muss unkomplizierter gehen. Wir brauchen eine andere Steuerpolitik, gerade im Umgang mit Start-ups. Man würde ja da schon in den Bewertungsmodi reinkommen. Fördergelder müssten klarer kommuniziert werden. Fördergelder ohnehin ist sowieso eine Problematik. Wir haben jede Menge Fördergelder, keiner weiß, wo sie sind. Die Antragsverfahren sind viel zu kompliziert, viel zu träge in der Umsetzung und auch Risikokapital fehlt. Aber auch zu wissen, dass es das gibt, also dass man sagen kann, ja, wenn du ein Start-up-Unternehmen gründest oder aber ein Unternehmen übernimmst, du bekommst immer Fördergelder, also sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen. Das habe ich richtig verstanden. Ja, klar, momentan sind wir so, auch Förderpolitik ist ja Mode, Modepolitik, also Modeerscheinungen, die dann ergriffen werden. Und momentan ist eben alles, was so im Bereich App, Internet, alles, was so neu ist, da stürzen sich alle drauf, in alle Start-ups wird viel, viel Geld auch verausgabt. Und diese klassischen, die klassischen Unternehmensgründungen, die eben im Handwerk stattfinden, im Einzelhandel stattfinden oder in der Gastronomie stattfinden, die haben in der Förderpolitik ja kaum mehr eine Bedeutung und werden gar nicht mehr wahrgenommen, weil es eben nicht sexy ist, sondern tipp ist, aber trotzdem wichtig sind. Ja, ganz genau. Wie weit sehe ich dich kommen, Frank? Möchtest du Bürger, oder könnte ich mir vorstellen, dass du mal Bürgermeister von Bernkastel-Gruß werden könntest? Ich könnte mir das gut vorstellen, sage ich es mal so. Das könnten sich, glaube ich, viele andere auch sehr gut vorstellen. Das muss man aber wissen. Wir haben jetzt in diesem Jahr Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz. Also im Mai werden die Bürger wieder zur Urne schreiten dürfen und Bürgermeister und Kommunalparlamente wählen. Ich werde auch zur Verfügung stehen im Parlament, aber nicht als Bürgermeister. Nicht als Bürgermeister, schade drum. Ich könnte mir das mehr als gut vorstellen, als junger, dynamischer, kraftvoller Mensch, der dort vorausgeht. Vielleicht überlegst du dir das ja nochmal. Aber ich danke dir auf jeden Fall sehr für die doch wundervolle Sendung, die ich mit dir hatte heute und die doch sehr anders gearteten Gesprächsthemen, die wir erst mal so nicht vermutet haben. Vielen Dank für heute. Dankeschön. Dankeschön.